Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem saftig-knaftigen Pull-Video. Ich habe über den Laufe der Zeit ganz, ganz viel Urgestein angesammelt, so circa 20.000. Und ja, ich begrüße euch recht herzlich dazu. Wir werden jetzt in diesem Stream oder beziehungsweise in diesem Video alle Pulls einzeln ziehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht und mal gucken, ob wir was Gutes ziehen. Mein Ziel ist es eigentlich, Kazuha zu bekommen. Mal schauen, ob es was wird. Auf jeden Fall wünsche ich euch sehr viel Spaß dabei und ja, auf ein gutes Ziehen, Freunde. Erste Ziehung, Freunde. Mal gucken, was kommt. Und es ist... Es ist Müll! Und wir bekommen extra Müll. Nächste Runde. Und wir haben richtig wieder Müll. Geil. Doppelmüll, denn doppelt Müll hält besser. Gut, dritte Ziehung, Freunde. Und es ist wieder blau. Das bedeutet richtig, blau will keiner. Blau ist scheiße. So, weiter geht's, Freunde. Wir haben wieder blau. Ich glaube, ach ja, übrigens, ich habe keine Ahnung, wie mein Peti gerade ist. Von daher, lasst uns einfach überraschen. So langsam sollte jetzt mal wieder was Lillernes kommen. Nein, kommt es wieder. Und wir haben wieder blau. Oh, das ist richtig geil. Blau, blau stehe ich. Ich will gern blau. Na, endlich mal was Lillernes. Komm, Bennett, 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 Bennett. Razor. Oh, der Seenlose. Nice. Ja, brauche ich nur nicht, weil ich kein Füchel mehr spiele. Ja, scheiß drauf. Ja. Ah, geil. Schon wieder blau. Okay, wir haben jetzt ein Lillernes, Junge. Sehr schön. Es ist wieder Lila. Bennett, 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 Bennett. Razor. Ja, okay. So Rosaria. Jetzt habe ich Rosaria auch im Inventar. Nice. In den Müll, in den Müll, in den Müll, in den Müll, in den Müll. Also Leute, wirklich, Bennett muss drin sein einmal und Kazooa möchte ich haben. Also wirklich. Ich habe alles gesammelt für Kazooa. Ich kann ihn direkt auf 90 knüppeln. Und der Pechvogel in diesem Stream geht an André Sehrox. Ah, ich habe so viel angesammelt. Ich will wenigstens was Gutes dafür haben. Ja, Lila, komm, Bennett, 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 Bennett. Razor. Das gibt es doch einfach nicht. Auf Ansage. Willst du dich verarschen? Ich will Razor nicht. Kennen Sie sich? Oh. Den habe ich, glaube ich, jetzt schon auf C, keine Ahnung. C-85 oder so gefühlt. Ich mache Jutsu des geheim vertrauten Geistes des Pullens. Let's go. Leider war... Standard, Miriam. Ich kenne schon den YouTube-Titel. Die beschissenste Ziehung aller Zeiten. Okay. Bennett, Bennett, Bennett. Razor. Das gibt es einfach nicht. Rosaria schon wieder. Nee, Hoyo gibt es nicht. Die Müllziehung des Jahrhunderts. 20.000 für den Mülleimer. Okay. Bennett, 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 Bennett. Razor. Das gibt es doch einfach nicht. Jetzt habe ich den auch schon auf C6. Ich will nicht. Ich will einfach nur Bennett. Ich konnte Miriam direkt gleich verlassen. Okay, komm. Bennett, Bennett. Rosaria. Ey. Jetzt habe ich die schon C3. Warum ist die so häufig... Warum wird die so häufig gezogen, Mann? Okay. Dieser nächste wird es, Freunde. Passt mal auf. Nicht. Aber nichtsdestotrotz. Das wird er jetzt. Ich spüre es. Ehre regelrecht in meinem Ass. Und Ass meint damit Scheiße. Und Müll, so wie dieser Pult. Ehre. Okay, ich muss zärtlicher sein. Bitte gib mir Bennett. Denn mal. Hm? Okay, komm. Bennett, 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 Bennett. Razor. Das gibt es einfach nicht. Kannst du aufhören, damit Razor zu sagen? Bitte. Hör auf. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Jade-Kugel. Warum ja? Da steht Jade-Kugel. Ja. Nein. Ich möchte eine Nein. Ich möchte, dass da Nein steht. So. Du hast halt ein Omega-Unlucky-Account. Jetzt Ruhe. Ruhe. Das gibt es einfach nicht. Das ist schon wieder der Seelenlose. Was geht von vorne los? Ich bin wahrscheinlich der Lost-Lose deswegen. Ich bin Liebe. Ganz dolle. Bis ich mir in die Hosen scheiße. Okay, guck nicht hin. Haha. Ich guck nicht hin. Mal schauen, was passiert. Kommt irgendwas? Ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Kommt Müll? Ich sehe es nicht. Was ist denn? Müll? Rosario. Och Mann. Es ist schon wieder die Jade-Kugel. Die Jade-Kugel habe ich so oft. Ey, da kann ich die Wände mit tapezieren. Auch wenn, hier habe ich nie gezogen. Oh, Geist. Ja. Gibt es mir. Ja. Na dann. Wer hat es dir gegeben? Aber anders. Hello. Diluc. Kasua. Diluc. Kasua. Ich sehe Mona. Ich meine, ja, Mona ist stark. Ja. Aber es juckt mich einfach null. Es tut mir leid, Le Chat. Es tut mir einfach leid. Es ist doch nicht normal, ey. Ich habe so viel Pech in diesem Game. Komm, gönn jetzt Bennett. Dann ist alles gut. Bennett. Jetzt einmal Bennett. Oh. Nein. Hammer, André. Wir haben alle schon Mitleid. Hallo, Controller. Was ist denn jetzt los? Danke. Wenn das Spiel sagt, ich möchte nicht mehr. Du hast zu viel gepullt. Ja, okay. Jetzt komm, Bennett. Bennett. Na endlich. Meine Fresse. Da ist er endlich. C5 Bennett. Oh. Gönn, gönn noch mal Bennett. Rosario. Ja, egal. Komm. Okay. Ich bekomme halt Wieler ganz viel. Wie der Rosario. Hey, Razor. Mensch, den habe ich ja nicht. 85 Mal habe ich... Rosario. Razor habe ich inzwischen auf C13. Wow. Ich korrigiere Razor auf C14. Wieso, Farai? Was ist mit deinem Lack dabei? Gold! Gold! Kasua, komm! Ja! Ja! Du! Scheiß mir gleich in die Hosen, alla! Gott sei Dank, ey. Das Spiel hat noch gegönnt, ey. Ist die Waffe von Dingens? Ja, das ist seiner. Ja, das ist die Waffe, die für ihn geplant ist. Probieren wir es mal aus. Für ihn nicht. Natürlich nicht. Wie viel Glück kann ich nicht haben. Und da ist ihn in die Hose. Oh, Gold! Oh! Oh mein Gott, ich habe es gezogen! Das glaube ich einfach nicht. Digga! Als ob, als ob! Alter, ich habe nur Spaß gesagt, mach mal den, Banner, weil ich weiß, der ist noch gemeiner. Ich habe das Schwert von Kasua gezogen. Ich habe Kasua komplett. Am Anfang hätte man echt gedacht, dass es absoluter Müll ist. Also, das fing absolut beschissen an. Aber dann haben wir echt alles gezogen, was man sich nur wünschen kann. Ich habe Bennett jetzt auf C5. Ich habe Kasua jetzt gezogen. Ich habe die Waffe gezogen. Ich habe sogar noch zusätzlich Mona gezogen. Für den perfekten Run wäre es gern D-Look geworden. Aber eines Tages wird es auch D-Look sein. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Meine Nerven sind ganz schön blank. Aber am Ende hat es sich ja doch gelohnt. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Valeria. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, bis dahin. Schönen Abend ja noch. Ciao, ciao. Ciao.